Gib mir Go für den Lounge. Vier, drei, zwei, eins. Hey, Joe. Namen, Cole. Miss, Sie stehen in Flammen. Wie originell. Nein, ich will mich nicht mit Ihnen hinwerfen und auf dem Boden rumrollen. Nein, Ihr Buch steht in Flammen. Okay. Oh mein Gott. Alkohol und Flammen, die mögen sich. Cole Davis. Kelly Jones. Die öffentliche Unterstützung der Mondmission ist auf dem Tiefpunkt. Jeden Tag geht hier irgendwas kaputt. Wir sind tot. Schon wieder. Oder fliegt in die Luft. Das Weltraumprogramm ist ein aufgeblasener Schlamassel. Die NASA braucht einen Marketing-Spezialisten. Und Sie sind einfach die Beste. Entschuldigung. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, da war was zwischen uns. Also habe ich Sie gesucht. Was? Das war ein Witz. Ich arbeite jetzt hier. Wir verkaufen den Mond. Die NASA ist nichts, was man mit einem Liedchen und einem Slogan verkauft. Wenn ich fertig bin, werden diese Männer berühmter als die Beatles sein. Wer ist das? Für mich ist das was Persönliches. Ihr habt meinen Namen. Sie haben gesagt, Ihre Leute geben keine Interviews, also musste ich andere engagieren. Ich bin zum Casting hier. Wer ist das? Sie. Sie sind eine reizvolle Rolle. 60 Kampfeinsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Wie war das? Was? Die ganze Welt wird zusehen. Wir können es uns nicht leisten, gegen die Russen zu verlieren. Wir müssen eine Alternativversion der Mondlandung drehen. Sie wollen es vortäuschen? Kein Mensch darf erfahren, was wir hier tun. Das kann ich nicht akzeptieren. Die erschießen dich. Wie hoch ist mein Budget? Oh, Mann. Ich weiß viel mehr über den Mond als über sie. Gib mir Go, No Go für den Launch. Wenn du diese Mission vortäuschst, werden alle Opfer, die wir gebracht haben, umsonst gewesen sein. Du weißt, ohne mich wäre es nicht zu diesem Tag gekommen. Vier, drei, zwei, eins und... Mein Armstrong ist eine weinerliche Pussy. Wir müssen umbesetzen. Hätten wir nur Kubrick geholt. Ich weiß, nicht mehr. Ich weiß, nicht mehr. Ich weiß, nicht mehr. Ich weiß, nicht mehr.